hey leute heute wollen wir eine elektrische tür oder schiebetür für die hühner bauen für den hühner stall genau fangen wir mal an ich habe mir jetzt schon mal aufgezeichnet wie groß des blech ist also die tür und jetzt muss ich das erstmal aussehen so ausgesägt haben wir alles jetzt baue ich noch einen rahmen aus und dass das alles schön stabil wird so also die blechte schon mal dran jetzt müssen wir mal gucken dass man noch irgendwie den motor dran bekommen so 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 so